Herzlich willkommen zum E-Rechnungswebinar, dem zweiten. Heute ist das Thema, wie automatisiere ich meine Rechnungsverarbeitung. Wir wollen euch Best Practices vorstellen und eigentlich auch mal das Produkt SAP DRC, das Standardprodukt der SAP. Mit mir zusammen ist der Niklas Reisinger, der heute als Experte aktiv sein wird und ich bin euer Moderator für dieses Webinar. Wir freuen uns auf eine Reise zum Thema SAP-E-Rechnung und DRC. Los geht's. Kurz zur Firma FinkIT. Wir sind ein SAP-Beratungshaus. Unser Fokus ist mittlerweile das Thema E-Rechnung, nicht nur, aber insbesondere und wir bilden alles ab rund um das Thema Rechnung von natürlich noch papierhaft PDF bis jetzt zum Thema E-Rechnung, wie es dann auch gesetzlich gefordert wird. Also immer wenn es um das Thema E-Rechnung gibt, dann sind wir als FinkIT hier gefragt. Wir haben schon mehr als 50 Projekte gemacht im Laufe der Zeit, sind seit 2018 mit dem Thema E-Rechnung auch unterwegs. So, der Niklas, den darf ich euch auch kurz vorstellen, ist unser Experte, unser Lead zum Thema E-Rechnung. Ich glaube, in Deutschland, wenn man mal guckt, welche Mitarbeiter gibt es, welche Berater gibt es, die dieses Know-how haben, auch von der Länge her gehört er sicherlich zu den Top-10-Beratern und hat zahlreiche Projekte auch im Kontext E-Rechnung, Einführung E-Rechnung gemacht bei diversen Großkonzernen und kann jetzt natürlich auf seiner Erfahrung dann tatsächlich wirklich loslegen und uns dann mal abholen. Wie geht das denn? Was ist das denn? Ja, Niklas, dann sage ich, die Bühne ist deine. Los geht's und hol uns doch mal zum Thema ab. E-Rechnung mit SAP DRC. Ja, vielen Dank auch von mir. Schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem zweiten Webinar. Wenn Sie sich vielleicht noch an den Einstieg beim letzten erinnern, da habe ich ja so als Cliffhanger gebracht. Ihre Probleme werden heute nicht gelöst. Heute werden Ihre Probleme gelöst. Wir haben im ersten Teil gesehen, was die Herausforderungen der E-Rechnung sind, welche gesetzlichen Vorgaben es gibt und heute welche eben eine Lösung dafür vorstellen, die von der SAP. Das heißt Subdocument and Reporting Compliance. Ich werde wahrscheinlich überwiegend SAP DRC sagen, weil wir ja auch nicht so viel Zeit heute haben und ja, es doch ein ziemlicher Zungenbrecher ist. Genau, also heute erfährst du, was ist überhaupt das SAP DRC? Ich denke, die meisten, die sich mit dem Thema E-Rechnung jetzt schon mal zwangsläufig befasst haben, sind da auch schon drüber gestolpert. Wie sieht so ein End-to-End-Prozess im SAP DRC aus? Welche Vorteile habe ich, wenn ich die Standardlösung nutze? Ich meine, wir wissen auch, Anbieter für dieses Thema ist gerade ein ziemliches Hype-Thema, gibt es wie Sand am Meer. Aber welche Vorteile habe ich denn, wenn ich im Standard bleibe? Was kann die Lösung aus der E-Rechnung noch? Klar, aktuell E-Rechnung sehr am Fokus, aber der Name suggeriert ja schon Entry Reporting Compliance, dass da noch ein bisschen mehr dahinter steckt. Und zum Schluss haben wir noch, wie sieht denn so ein typischer Projektablauf für so ein Einführungsprojekt aus? Ich denke, es ist auch immer sehr interessant für die Teilnehmer und ja, genau, wie gesagt, Fragen jederzeit gerne stellen. Beantworten werden wir sie erst am Ende, aber ich habe auf jeden Fall Zeit eingeplant, dass wir alle Fragen soweit beantworten sollten. Dann, ja, Grundverständnis SAP DRC, SAP Document and Reporting Compliance. Ich starte mit einem Bild, das sieht erstmal vielleicht komplizierter aus. Das ist der End-to-End-Prozess, den SAP Document and Reporting Compliance abdeckt. Heißt nicht, dass bei mir im Unternehmen alles ausgeprägt sein muss, aber das ist das, was die Software mitbringt und was ich damit alles abdecken kann. Ich habe hier vorne, das ist wahrscheinlich, warum die meisten sich von Ihnen angemeldet haben, den Bereich ein-ausgehende Rechnungen. Also wir haben hier die eingehenden Rechnungen, wir haben hier die ausgehenden Rechnungen. Beide gehen in ein zentrales Cockpit. Das heißt, das e-Document Cockpit, hier steht Manage Electronic Documents. Und sobald ich die dort drin habe, also entweder eingegangen oder ausgehend, habe ich hinten raus aber noch sehr viel mehr Optionen, was ich damit machen kann. Und da sind wir eben in dem Reporting Part, der aktuell gern so ein bisschen hinten runterfällt oder nicht viel drüber geredet wird, weil eben das Thema E-Rechnung die Medien dominiert. Aber, ja, die Lösung bringt da einfach einen extrem großen Umfang mit, den ich heute auch nochmal ein bisschen anreißen will, damit Sie sehen, okay, das ist doch ein bisschen mehr als jetzt einfach nur ein Tool zum E-Rechnungsempfang. Sie haben natürlich Monitoring, Error Handling. Sie haben Ihr Dashboard, ein zentrales, kann ich nachher auch nochmal ein bisschen ein paar Screenshots zeigen, wo Sie dann sehen, welche Möglichkeiten habe ich denn im Reporting. Sie haben Checklisten. Sie können direkt Legal Forms, also gesetzliche Dokumente daraus kreieren, die Sie dann zum Beispiel bei Steuerbehörden einreichen müssen. Sie können Data Analyse drüber laufen lassen. Sie haben ein Approval Workflow. und ja, Sie können alles, was Sie an Steuerbehörden in den unterstützten Ländern einreichen müssen, damit eigentlich erzeugen, einreichen, dokumentieren, monitoren. Also, das ist eigentlich eine sehr mächtige Lösung. Natürlich schauen wir heute auch auf den E-Rechnungsteil, aber ich finde es immer wichtig, dass man betont, da steckt noch ein bisschen mehr dahinter und man kriegt für das Geld deutlich mehr als bei anderen Anbietern. Sie kriegen die Folien ja auch im Nachgang, deswegen vielleicht das Bild, wenn Sie sich es in einer Woche anschauen, können Sie nicht mehr alles genau rekapitulieren, aber ich habe das Ganze auch nochmal in Textform, was hier auf der Folie vielleicht so der Satz ist, den Sie sich mitnehmen können oder sollten. SAP-DAC ist eine Lösung global einsetzbar, lokal konform. Das ist so der Werbesatz, den die SAP benutzt, aber ich finde es auch sehr treffend. Sie haben wirklich für die verschiedensten Anforderungen, die Sie als internationales Unternehmen haben, eine Lösung, sind lokal konform und müssen dann nicht verschiedenste Insellösungen in verschiedensten Ländern implementieren. Ja, Sie haben hier nochmal kurz aufgeführt, was ich im Großen und Ganzen auch schon bei der Slide davor angesprochen habe. Sie haben den digitalen End-to-End-Prozess. Sie können da viel automatisieren, standardisieren. Sie haben Compliance-Status-Transparenz, also Sie sehen, was ist der aktuelle Status, wo muss ich noch was einreichen, wo habe ich immer wieder Verzug, dass ich vielleicht mal meine Prozesse überarbeite und das sollte im Großen und Ganzen dann zu einer Reduktion der Compliance-Kosten führen. Ja, hier sehen Sie es auch nochmal kurz, was jetzt ein bisschen der Reporting-Teil angeht. Sie haben nicht mehr diese periodischen gesetzlichen Meldungen, also natürlich haben Sie die weiterhin, aber es geht jetzt weg davon, dass ich das alle paar Monate anschaue zu einer kontinuierlichen Transaktionskontrolle. Sie haben eine Konsistenz zwischen den eingereichten Geschäftsdokumenten und das, was Sie auch gesetzlich melden und es erleichtert den Abgleich einfach mit den internen Aufzeichnungen und den Einreichungen bei den Steuerbehörden. Warum sollte ich jetzt in der SAP-Standardlösung bleiben? Klar, der Reporting-Teil ist natürlich ein schöner Beifang sozusagen und sagen, okay, da kaufe ich noch sehr viel mehr Logik und Wissen mit als mit anderen E-Rechnungslösungen. Wie gesagt, unser Webinar trägt ja auch das Branding E-Rechnung, deswegen nehme ich an, die meisten von euch werden wegen E-Rechnung hier sein und auch da ist die Lösung ja, substandard natürlich und wie ich finde auch, ja, in der Umsetzung einfach die am besten händelbare und einfach, man sieht hier das Look and Feel ist jeder, der schon mal mit SAP gearbeitet hat, wird sich sofort zurechtfinden. Das sieht aus wie jede SAP-Transaktion. Sie haben da alle Optionen, die Sie auch erwarten würden, eben in einem zentralen Cockpit. Sie können dort alle Länder, verschiedenste Formate, Übertragungswege eben zentral monitoren, abarbeiten und haben von dort dann aber auch die Chance, zum Beispiel sieht man wahrscheinlich nicht so gut, hier in den Quellbeleg zu springen. Ich kann das E-Dokument wieder stornieren oder ein Eingehen, das ablehnen. Also ich habe so eine zentrale Anlaufstelle, ich werde mich sehr, sehr schnell zurechtfinden, Schulungsaufwand, sage ich immer, ist absolut vernachlässigbar für diese Lösung und ja, nimmt Ihnen einfach schon wahnsinnig viel Arbeit ab und es ist sehr, sehr, sehr viel Logik da schon implementiert in dieser Lösung, die Sie nicht mehr beachten müssen, die einfach das Programm Ihnen abnimmt und das, ja, gerade in international tätigen Unternehmen mit verschiedenen Niederlassungen in verschiedenen Ländern, verschiedene Vorgaben, ist das irgendwann nicht mehr händelbar mit einzelnen Lösungen, weil allein die Wartbarkeit, die Betreuung der Systeme, ja, das zieht einen wahnsinnigen Rattenschwanz hinterher und ja, gerade diese Lösung, was ich immer den schönsten Vorteil eigentlich von finde, ist die Anbindung. Leider, was das Thema E-Rechnung angeht, also international gibt es ja an sich überhaupt keinen Standard, wie an irgendwas angebunden werden soll, wie etwas übertragen werden soll und ja, nicht mal auf EU-Ebene hat man es ja geschafft, da einen einheitlichen Weg zu finden. Wenn Sie sich erinnern, ans erste Webinar, da habe ich von den Clearance-Modellen erzählt. In Deutschland gibt es das nicht, also das heißt, es gibt keine zentrale Stelle, wo ich die Rechnungen einreiche, die dann eben an den Empfänger weitergeleitet werden, sondern ich muss, ja, wenn es ganz dumm läuft, jeden Business-Partner einzeln ansprechen. Das mit EDI-Verbindungen oder was auch immer abdecken zu wollen, ja, unmöglich. Deswegen hier die Lösung unterstützt Sie dabei. Sie können das Paypal-Netzwerk nutzen. Sie lassen da einfach ein Report über Ihre Business-Partner laufen, der abgleicht, okay, welcher meiner Business-Partner ist denn im Paypal-Netzwerk registriert. Okay, dann schicke ich an die Paypal, also E-Rechnung über Paypal, da werde ich gleich noch kurz darauf eingehen, was das genau ist, falls Ihnen das noch nicht untergekommen ist oder ja, für die anderen kann ich dann einfach den Weg über E-Mail gehen, wenn ich abgeglichen habe, okay, die sind nicht im Paypal-Netzwerk, dann schicke ich es doch per E-Mail an sie. Empfangsseite genau das Gleiche und ich habe da eben, ja, die verschiedensten Portale. Polen hat ja zum Beispiel ein zentrales Portal. Italien hat eins. Andere europäische Länder, unter anderem Deutschland, nicht nutzen aber das Paypal-Netzwerk. Wiederum andere nehmen E-Mail oder lassen nur E-Mail zu. Also es gibt wahnsinnig viele Varianten und eine Lösung, die das für sie abdeckt, wo sie einfach, ja, nicht mehr so viel beachten müssen, nicht mehr so viel Infrastruktur aufbauen müssen, nicht mehr so viel betreuen müssen. Sie haben da einfach, ja, die Chance es extrem zu vereinfachen, was der Gesetzgeber, ja, etwas verpasst hat und da, gerade in der EU hätte ich mir mehr Einheitlichkeit gewünscht, ist nicht so. Deswegen, ja, muss das jetzt die Software übernehmen und ich glaube, das hat die SAP sehr gut umgesetzt. Paypal geistert immer wieder rum. Sie haben es bestimmt auch schon mal gehört. Ich meine, wir hätten auch im ersten Webinar schon kurz drüber gesprochen, weil die Frage kam, was ist Paypal nochmal? Es ist ein sicheres Netzwerk zur Übertragung von E-Rechnungen, aber auch von Reports, Steuerberichten. Aber jetzt bleiben wir heute mal bei den E-Rechnungen, um es nicht komplizierter zu machen. Wie kann man es sich vorstellen? Sie reichen Ihre Rechnungen an einen Sender-Access-Point ein. Zum Beispiel, wenn Sie SAP DRC nutzen, ist das ein Access-Point von der SAP. Der ist in der Paypal-Infrastruktur in der Cloud eingebunden und leitet es dann eben durch diese Paypal-ID, die man mit dem Report abgleichen kann, wie ich am Anfang gesagt habe, an den richtigen Receiver-Access-Point weiter. Sie haben die Sicherheit, okay, ich weiß, meine Rechnung kommt an. Wenn ich eine Rechnung empfange, weiß ich, okay, die kommt auch wirklich von dem, der da als Absender draufsteht. Und hier finden schon Validierungen statt, dass auch Format und alles geprüft wird. Also Sie sehen keine Direktverbindung mehr, Sender-Receiver, wie es jetzt in EDI-Szenarien wäre, sondern eben diese Vier-Ecken-Struktur, die zusätzliche Sicherheit und einfach auch, was die Validierung des Formats angeht, Ihnen Vorteile bietet. Es gibt prinzipiell, Sie haben jetzt schon gesehen, da taucht die Cloud auf, gibt es, ja, man kann sagen, hier sind es jetzt vier verschiedene Arten der Anbindung über die SAP BTP. Also es ist auch eine Frage, die wahrscheinlich jetzt der eine oder andere schon gestellt hat, brauche ich denn zwingend eine SAP BTP? Ich will das nur per E-Mail verschicken und brauche ich ja dann eigentlich gar nicht. Ja, brauchen Sie. Also für das Produkt SAP DRC ist der Teil SAP DRC Cloud Edition, also der Teil, der davon in der Cloud läuft, zwingend erforderlich. Und darüber haben Sie diese Vorteile der Anbindung via Middleware. Da nutzen Sie entweder die SAP DRC Cloud Edition, das ist jetzt zum Beispiel für Deutschland der Fall, für an sich alle Länder, die das PEPMOL-Netzwerk unterstützen. Für Länder, die das nicht tun, die sind größtenteils über die SAP Integration Suite angebunden, ist jetzt auch ein bisschen im Wandel. Also SAP versucht alles hier in diese Cloud Edition umzuziehen. Italien war ja so der Vorreiter, die sind noch übereiflos in der SAP Integration Suite angebunden, aber auch diese kriegt man vorgefertigt von der SAP. Also für Sie als Anwender ziemlich egal eigentlich, wie die Anbindung ist, das ist nur eine andere Art und Weise der Integration. In der Mitte gibt es dann noch Brasilien, da ist alles nochmal ganz besonders und speziell, aber da brauchen wir heute nicht einzugehen drauf. Über die SAP ETP sind Sie natürlich nicht nur an verschiedene Netzwerke und Endpunkte integriert, sondern auch an andere SAP-Produkte. Das ist eben der Vorteil, wenn Sie ein SAP-Standard-Produkt haben. Sie können das SAP Business Network integrieren, Conquer, Reiseabrechnung, SAP Ariba. Also Sie sind da einfach zentral eingebettet mit zentralen Adaptern an andere SAP-Produkte. Wie und ob Sie das jetzt für sich im Unternehmen nutzen wollen oder ob es da einen Use Case für Sie gibt, das müssen Sie natürlich individuell bewerten. Prozessual, wie läuft sowas ab? Ich bin jetzt mal hier auf den Versand gegangen, wenn man zum Beispiel E-Rechnung, Peppol nutzt. Auf der nächsten Folie komme ich nochmal zum E-Mail-Versand. Die meisten sind wahrscheinlich jetzt erstmal am Eingang interessiert aufgrund der gesetzlichen Vorgabe. Ist dasselbe nur umgekehrt. Also da können Sie sich genauso dran orientieren. Wenn Sie jetzt eine E-Rechnung erstellen und verschicken wollen, passiert das erstmal ganz normal als SD- oder FI-Beleg, wie Sie eben aktuell faktorieren. Das Subdocument Compliance macht daraus ein E-Doc, also eine E-Rechnung. In Deutschland wäre es X-Rechnung im XML-Format, reicht die in die BTP ein. Hier auf der Folie steht noch SAP Cloud Plattform, alter Name ist aber das gleiche. An den Sender Access Point, der holt sich die Adresse des Empfängers, sendet es an den Empfänger Access Point, dort wird es weiter prozessiert. Ich kriege ein Resultat zurück, also Empfänger hat die Rechnung abgeholt zum Beispiel. Das Resultat wird wiederum in mein Backend gespiegelt. Also ich sehe dann in meinem zentralen E-Document Cockpit auch, okay, die Rechnung wurde erfolgreich verschickt und hier hinten, der Empfänger holt das eben ab, prozessiert das bei sich weiter. Wie sieht es bei E-Mail aus? Habe ich ja gesagt, auch für E-Mail ist eine BTP notwendig. Warum? Der Versand der E-Mail erfolgt weiterhin aus dem SAP. Also dafür wäre die BTP noch nicht notwendig. Wir haben hier wieder ausgehend unseren Quellbeleg. Das E-Document Cockpit macht daraus wieder eine E-Rechnung. Also selber Fall wie beim Peppol-Netzwerk. Das hier passiert alles noch in dem E-Document Cockpit oder im Document Compliance Framework. Es wird gemappt, es wird generiert, es werden verschiedene Protokollierungen abgespeichert und dann geht das Ganze zur Prüfung und Validierung an die Cloud Edition. Also da habe ich auch wieder die Sicherheit, das, was ich jetzt gleich per E-Mail rausschicken werde, ist validiert, richtiges Format. Ich erfülle alle gesetzlichen Vorgaben, kommt über Cloud Connector wieder zu mir ins Backend und von dort verschicke ich es per E-Mail an den Kunden. Eingehend, nochmal kurz darauf eingehen, zum Beispiel wenn Sie jetzt eine E-Mail empfangen, auch die geht in Ihr zentrales Cockpit, wird dort validiert, haben Sie eben auch die Sicherheit, okay, Vorgaben erfüllt und dann können Sie das mit Ihrem E-Rechnungs-Workflow oder an sich Ihrem Rechnungs-Workflow-Tool weiterverarbeiten. Es gibt natürlich auch die Möglichkeiten direkt E-Mails abzuholen und die XML dann in irgendeinem Workflow-Tool zu verarbeiten, haben Sie aber keine Validierung, keine Schematonprüfung, haben Sie einfach eine gewisse Unsicherheit noch mit drin und wahrscheinlich sehr viel mehr Fehler, die Sie dann hinten im Prozess lösen müssen. Das Thema E-Reporting, hier recht viel Text auf der Folie bewusst so gemacht, dass Sie die Folien ja auch kriegen im Anschluss, dass Sie das nochmal im Detail nachlesen können. Ich habe jetzt nicht vor, Ihnen hier alles detailliert vorzulesen. Was Sie sich hier mitnehmen können, Sie haben Dashboards, Sie haben zentrale Cockpits, Sie haben Checklisten, Sie haben immer Echtzeitdaten und Sie haben einen Compliance-Kalender, der Ihnen eben für die verschiedensten Länder auch die Fälligkeiten von verschiedensten Reports zeigt. Habe ich gleich noch zwei, drei Screenshots mitgebracht, dass Sie sich so ein bisschen ein Bild machen können. Auch hier die Screenshots, nicht die perfekte Qualität, das ist ein bisschen hier dem PowerPoint-Format geschuldet, aber Sie können grob erkennen, Sie haben hier Fortschrittsbalken, hier zwei Punkte, die in grün sind, die sind schon abgeschlossen, ich kann es Ihnen kurz vorlesen. Das ist Italy VAT Declaration, also Umsatzsteuererklärung Italien. Dann haben Sie andere Punkte wie Switzerland VAT Return, das haben Sie noch nicht angegangen, ist aber quasi kurz vor der Fälligkeit, deswegen gelb. Sie haben hier oben Schweden VAT Return, das eigentlich vor zwei Tagen fällig gewesen wäre, also sehen Sie schon, okay, den Bericht hätte ich einreichen müssen, deswegen hier auch Signalfarbe, Ampel auf Rot, da muss ich tätig werden und ja, das, wie gesagt, haben Sie schon sehr viel Logik, die mitgeliefert wird, die einfach ja schon die verschiedenen Vorgaben der Länder haben, aber Sie haben auch immer die Chance, individuelle Szenarien, Kalender für sich anzulegen. Hier haben Sie nochmal so einen Überblick, was das Monitoring angeht, auch hier nicht perfekt lesbar, aber zum Beispiel, es ist nach Ländern gegliedert, wir haben hier Neuseeland, Singapur, Spanien und ich sehe während Spanien die ausgehenden Rechnungen ja 100 Prozent alle sehr gut durchlaufen, habe ich jetzt zum Beispiel Neuseeland, 40 Prozent Fehlerquote, da scheint in meinem Prozess irgendwas nicht zu passen. Ich kann dann auf der rechten Seite in die einzelnen Fehler abspringen, sehe die Dokumente dazu und kann so eben auch ein schönes Monitoring über Dashboards für meine Reportings, aber auch für meine E-Rechnungen implementieren. Was Sie natürlich noch als Vorteil haben, wenn Sie in einem Standard-SAP-Produkt unterwegs sind, sind die regelmäßigen Updates und das ist gerade beim Thema E-Rechnung, da ist es noch wahnsinnig viel in Bewegung aktuell, ist es wirklich ein großer Vorteil, dass Sie einfach auf, ja, SAP hat da weiß weiß ich wie viele Steuerberater und Beratungsfirmen hinten dran, die die Logik implementieren. Sie müssen das nicht beachten, Sie kriegen regelmäßige Updates, wenn sich irgendwas in Ländern verändert, wenn sich Formate ändern, Vorgaben, Berichte und da habe ich jetzt ein Beispiel einfach mal aus der Praxis mitgebracht, dass Sie sich vorstellen können, okay, was bedeutet so ein Update, was kann man sich darunter vorstellen, E-Rechnungen, wenn es einmal läuft, läuft es doch. Habe ich aus Deutschland den Fall mitgebracht, seit Februar ist eine neue X-Rechnungsversion in Kraft, 3.0.1, ich glaube mittlerweile sind wir bei 3.0.2, aber da hat sich nicht wirklich was verändert. In der neuen Version, also man ist verpflichtet, Rechnungen anzunehmen in der neuen Version und man dürfte sogar ältere Versionen ablehnen. Wird in der Praxis wahrscheinlich nicht so viel vorkommen, aber mit dieser Version kamen drei neue Pflichtfelder hinzu und die muss ich prinzipiell irgendwie in mein Mapping, in meine Logik, in meine E-Rechnungsgenerierung einfügen. Das ist zum einen das Business Process Type, die Verkäuferadressen, die Käuferadresse, also da geht es um E-Mail-Adressen, andere Adressen waren vorher schon Pflicht. Diese Felder, das sind die technischen Namen dazu, wurden eben von dem Gremium in die neue Version reingepackt, sind damit verpflichtend, sind der Standard. Ich müsste jetzt bei mir, wenn ich da eine Insellösung habe, eine Individuallösung, recht viel rumbasteln, das Mapping ändern, die Generierung ändern. Wie hat es die SAP gelöst? Es gibt einen Hinweis, Sie laden sich runter, spielen ihn ein. Arbeitszeit, zwei Stunden vielleicht für Ihre Basis ist das Thema gegessen und Sie brauchen sich da erstmal keine weiteren Gedanken mehr machen. Ja, wir wollten hier noch etwas Zeit für Fragen offen lassen, deswegen springen wir auch gleich schon weiter zur Management Summary von unserem heutigen Webinar. Ja, SAP-DAC ist erstmal der SAP-Standard für E-Rechnung, also damit machen Sie mal prinzipiell nichts falsch, gerade wenn bei Ihnen auch eine S4-Transformation ansteht. Es ist immer gut, man bleibt im Standard. Die SAP fährt ja den Ansatz vom Clean Core, also da jetzt noch Fremdentwicklungen reinbringen, kurz von der Transformation, würde ich extrem die Finger davon lassen, würde ich immer im Standard bleiben. Sie müssen an Ihren O2C und I2P-Prozessen nicht wirklich Änderungen vernehmen, es ist ein anderer Eingangs- oder Ausgangskanal. Das heißt, die Rechnung hinten in Ihren Workflow-Tools, was auch immer das sein wird, die werden weiterhin so Bestand haben. Sie können das Paypal-Netzwerk nutzen, Sie können verschiedene Sprachen regeln, Regularien, eben auch zukünftige, wie ich sage, wenn sich was ändert, wie jetzt hier in Deutschland mit dem neuen Format, kein Problem, einfach eine Node einspielen, haben Sie das auch bei sich im System. Sie können das variabel konfigurieren für Buchungskreise, Kunden, Faktura-Arten. Das heißt, Sie können sagen, die Kunden möchte ich per E-Mail bedienen, die per Paypal, die möchten gern Zugpferd haben, die möchten gern X-Rechnung haben, also die verschiedenen Varianten, die es gibt, die können Sie da ganz einfach einmal konfiguriert abdecken und bedienen dann Ihre Kunden so, wie es abgesprochen ist. Das zentrale Cockpit, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe alles in einer Transaktion und ich habe die diversen Reporting-Möglichkeiten. Was bedeutet das für Sie jetzt, wenn ich sowas einführen möchte? Ich habe einen beispielhaften Projektablauf, der ist auch recht realitätsnah. Ich will jetzt nicht sagen, dass das aus einem echten Projekt ist, aber prinzipiell läuft das genauso ab, wenn wir das machen. Wir haben erstmal gewisse Vorbereitungen zu treffen. Wir schauen, ja, wie fakturieren Sie Zugänge und dann geht es an die Basisinstallation vom SAP DRC. Das ist meist das, was eben mit Wirkungsleistung des Kunden ist, weil Basis, wir sind kein Basishaus, wir sind Berater. Deswegen, da müssten Sie und Ihre Basis oder Ihr Basisdienstleister ein bisschen unterstützen. Dasselbe Thema haben wir dann für den BTP-Teil. Also entweder hier steht die Integration Suite, das kann aber auch die Cloud Edition sein. Also dort einrichten, dass man den zweiten Teil in der Cloud nutzen kann. Dann würden wir uns parallel dazu schon eine Konfiguration vom SAP DRC machen, den Cloud-Teil konfigurieren. Währenddessen können wir Ihnen schon mal eine Einweisung geben in den Backend-Teil vom SAP DRC. Anschließend Einweisung in Cloud und dann wäre es prinzipiell schon mal funktionsfertiger. Sie sehen quasi, wir können in einem Monat, hier sind wir hier im August, Ihnen eine funktionsfertige Lösung hinstellen. Natürlich, wenn Sie noch Anpassungen haben wollen, wenn für Sie manche Nicht-Pflichtfelder trotzdem wichtig sind, die Sie in das Mapping integrieren wollen. Wenn Sie ein Rechnungs-Workflow-Tool hinten dran haben, das wir noch anbinden wollen, sagen wir immer so, ja, also je nachdem, was Sie da noch für Wünsche haben, noch mal einen Monat. Und dann sind wir eigentlich schon direkt, ja, kurz vorm Go-Live. Tests, Korrekturen, wir trainieren Ihre Key-User. Das sind wirklich nur eine Handvoll meist im Unternehmen, die dann wirklich ins Cockpit reinschauen, klassischerweise nicht die Buchhalter. Die testen das Ganze nochmal, ob das hinten für Sie so passt, auch mit der Visualisierung, ob alles für Sie so sichtbar ist, wie Sie das gerne hätten. Und dann sind wir schon im Go-Live und ja, Hypercare ist meist sehr überschaubar, weil wenn die Rechnungen einmal ein- und ausgehen, da ist dann nicht mehr sehr viel zu Hypercaren sozusagen, ja. Also man kann so ein Projekt recht schlank und schnell umsetzen und sind dann eigentlich, ja, sowohl eingehend als auch sehr zukunftssicher unterwegs. Gut, jetzt haben wir noch vier Minuten für Fragen. Das ist doch soweit ganz gut. Genau, Sie haben hier noch den Ausblick auf die weitere Webinarreise. Kiomas, da würde ich jetzt dann kurz an dich übergeben, dass du dann auch die Fragen noch moderierst. Genau. Du bist aktuell stumm. Vielen Dank, Niklas. SAP-DHC als Standardlösung. Und wenig überraschend gibt es viele Fragen. Viele Fragen auch zum Thema, hey, was kostet das? Wie komme ich denn zu einer SAP-DHC-Lizenz? Damit möchte ich einfach mal anfangen. Da gab es zwei Fragen zu. Frage wäre, was auch immer typisch ist, wenn ich mich jetzt für SAP-DHC entschieden habe, wenn ich das haben möchte, wie kann ich denn eigentlich die Kosten für eine Lizenz berechnen? Es ist Subskription, also ein Cloud-Service. Was sind, Niklas, die Parameter, wo ich dann tatsächlich sehe, was kostet mich die Lizenz? Kurze Anmerkung noch, wir als FinkIT sind in der Lage, diese Lizenzen auch direkt als Subskription zu verkaufen. Ja, also die SAP hat ja Partner wie wir und wir sind da auch ausgebildet, solche Lizenzmodelle zu erstellen, zu berechnen und den Kunden auch richtig zu beraten. Ja, nicht immer macht Sinn, DHC zu haben. Es ist wirklich grob abhängig, aber das wirst du im Detail gleich nochmal ausführen. Anzahl Rechnungen, Anzahl Länder vielleicht. Niklas, was sind so deine Parameter, die du deinen Kunden mal weitergibst, wenn sie dich fragen? Genau, also wenn die Frage kommt, was kostet es? Typische Beraterantwort, ja, kommt drauf an. Es ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Es ist in erster Linie ihr Rechnungsvolumen, also es wird quasi in Zehntausenderblöcken die Lizenz verkauft. Es ist abhängig, wie viele Länder sie im Einsatz haben oder welche Länder, weil auch hier es teilweise verschiedene Lizenzen gibt. Also man kann leider nicht so sagen, ein Preisschild kostet 20.000 Euro. Nee, es ist ein Subscription-Modell. Sie zahlen da monatlich, je nachdem ihr Rechnungsvolumen, aber dann eine genaue Zahl, müssen wir wirklich mal ihre Parameter aufnehmen. Deswegen, ich habe jetzt auch hier nebenbei schon mal die Folie aufgeworfen. Wir bieten einen kostenlosen Readiness-Check für E-Rechnung an, wo wir dann eben sowas auch aufnehmen würden. Für Sie gucken, passt überhaupt die Lösung für Sie? Bei sehr kleinen Volumen, da muss man sagen, ja, vielleicht ist es dann mit Kanonen auf Spatzen, aber wir würden auf jeden Fall ihre Parameter aufnehmen. Wir würden Ihnen dann auch ein Angebot machen über die Lizenz und über die Dienstleistung entsprechend. Pauschalpreisschild kann man leider sehr schwer an, ja, wie so viele SAP-Produkte auch in diese Lösung nicht so direkt dranhängen. Da müssen wir einfach schauen, auch was Sie sonst noch lizenziert haben von der SAP. Da gibt es verschiedene Parameter, die da einen Einfluss drauf nehmen. Gut, also die Botschaft ist, Termin machen, vielleicht kurz überlegen, Anzahl Rechnungen, Anzahl Länder, wo man operativ tätig ist und dann können wir relativ schnell eine Kostenschätzung machen, sodass man genau weiß, hey, lohnt sich der Business Case oder nicht? Am Ende des Tages wird man sich das ab einer gewissen Größe immer überlegen müssen und wir sehen einfach, viele Kunden fangen jetzt an mit dem DRC zu implementieren, vielleicht ein bisschen in kleineren Blöcken, fahren das System hoch, weil sie wissen, in den nächsten Jahren wird es kommen. Und das ist, das hast du am Rande auch schon erwähnt, wie sieht es denn aus mit den Ländern? In wie vielen Ländern gibt es das DRC? Gibt es jetzt immer mehr? Gibt es einen Plan, alle Länder abzudecken? Sind so Länder wie USA abgedeckt? Ist hier eine Frage. Wie sieht es denn aus? Wie ist denn da die Strategie der SAP zum Abdeckungsgrad der Länder für DRC? Also die SAP, genaue Zahl Länder, ich würde es aus dem Bauch aus 60 sagen, ganz genau im Kopf habe ich es nicht, wird auch ständig erweitert. Gerade wenn es irgendwo neue Vorgabeneinführungen gibt, wird das sehr schnell eingeführt. Beispiel jetzt Malaysia, da wurde sehr, sehr kurzfristig das Gesetz verabschiedet und ja, SAP hat dann innerhalb von zwei, drei Monaten eine funktionierende Lösung auf die Beine gestellt und ausgeliefert. Es werden, wenn wir sagen, wenn sie jetzt nicht ein komplettes Exotenland dabei haben, werden so gut wie alle Länder abgedeckt, auch mit eben in verschiedensten Vorgaben. Also wenn SAP da für ein Land was ausrollt, ist da eigentlich auch alles drin, was das Reporting angeht. USA hat tatsächlich noch gar keine Vorgaben Richtung E-Rechnung. Ich weiß nicht, ob der neue Präsident da vielleicht was ändern will. Ich kann es mir nicht vorstellen. Also USA wird aktuell noch nicht wirklich abgedeckt, weil es aber auch schlicht dort keine Vorgaben zu erfüllen gibt, was das Thema E-Rechnung angeht. Gut, verstanden. Also die SAP liefert und das ist, glaube ich, auch der Riesenvorteil von der Lösung eines Großkonzerns. Eine SAP garantiert natürlich einen Abdeckungsgrad. Das sehen wir halt immer bei kleineren Drittanbietern kritisch. Können die alle weltweit diese Länder abdecken? Wahrscheinlich nur sehr langsam oder gar nicht. Und dann habe ich vielleicht eine Drittanbieterlösung, braucht dann doch nochmal ein DRC. So, ich gucke auf die Zeit. Ich schlage vor, wir können nicht alle Fragen antworten. Lass uns doch mal zwei Fragen angucken. Ich habe das DRC jetzt eingeführt. Möchtest du mein Application Management jetzt reinnehmen? Muss ich das als Applikation gesondert betreuen? Wie sind da die Erfahrungen? Oder kann uns auch die Fink-IT da vielleicht helfen, eine Applikation zu betreuen? Ist da überhaupt Betreuungsaufwand? Wie siehst du das, Niklas, nach mehreren Jahren DRC? Also wir können sie auf jeden Fall betreuen. Wir bieten ja auch Managed Service für verschiedene Lösungen an. Natürlich auch für das SAP DRC. Ehrlicherweise Betreuungsaufwand ist recht überschaubar bei SAP DRC. Wir haben klassischerweise zwei, drei Key-User beim Kunden, die wir entsprechend schulen, die dann auch ab und zu mal in das Cockpit reinschauen. Überwiegend aus der IT, weniger jetzt aus dem Fachbereich. Was natürlich immer ganz gut ist, dass man schaut, dass man seine Lösung auf dem aktuellen Stand hält. Da können wir sie dann auch unterstützen. Wenn wir auch im Blick haben, welche Länder haben sie im Einsatz? Was ist neu rausgekommen? Würde noch proaktiv auf sie zugehen und sagen, hier könnten wir auf jeden Fall oder sollten wir mal was Neues machen. Also prinzipiell ist es jetzt kein super wartungsintensives Produkt. Da gibt es deutlich anspruchsvollere. Aber wichtig ist vor allem, dass man halt up-to-date bleibt mit seiner Lösung. Und ja, die Betreuung an sich, wie gesagt, können auch Key-User dann beim Kunden gerne leisten. Okay, das hört sich schon mal gut an. Jetzt nochmal final. Die Frage an dich, Niklas. Ein Teilnehmer hat Vendor Invoice Management im Einsatz, also die Lösung von Open Text, die ja ein Stück weit die Rechnungseingangsverarbeitung optimiert. Reicht das nicht aus? Mein Wirtschaftsprüfer hat mir gesagt, Wim reicht aus, um das Thema E-Rechnung abzubilden. Wozu brauche ich dann noch DRC? Ja, okay. Der Wirtschaftsprüfer, ja. Also Wim erstmal ist eine super Lösung, ist tatsächlich auch die einzige Lösung, die ein Standard-Connector direkt zum DRC hat, weil sie eben auch von der SAP vertrieben wird. Für alle anderen Lösungen müsste man immer was bauen, ist alles möglich. Aber Wim erstmal super Lösung, haben Sie schon mal eine gute Entscheidung getroffen. Ich gehe hier kurz zurück, Ausblick auf das nächste Webinar. Da erfahren Sie dann noch ein bisschen mehr, wie Sie die E-Rechnung in bestehende ERP-Systeme integrieren können. Da wird auch Wim ein Thema sein, Rechnungs-Workflow-Tools. Wie gesagt, wir haben über 50 Projekte, verschiedenste Szenarien und da wird der Kollege, der Yasin, dir noch mal ein bisschen was vorstellen. Wie gesagt, da wird auch Wim-Thema sein. Reicht Wim allein aus? Ich hatte es vorhin bei E-Mail mal ganz kurz angeschnitten. Sie können natürlich eine X-Rechnung per E-Mail empfangen und Wim kann so eine XML auch verarbeiten. Also ja, für eingehend per E-Mail könnte es reichen. Sie haben halt dann ein bisschen das Problem, alles, was halt an diese E-Mail-Adresse kommt und erstmal wie ein XML aussieht, landet dann bei ihm im System und Sie müssen sich ein bisschen darum kümmern, den Müll zu sortieren sozusagen, weil ja, die Formatvorgaben sind recht eindeutig. Weicht da irgendjemand von ab? Ist die Verarbeitung gleich schon mal unterbrochen? Müssen Sie sich darum kümmern? Sie haben da keine Validierung drin? Und ja, das Thema ausgehend kann Wim natürlich nicht abdecken. Also spätestens für ausgehend bräuchten Sie eh nochmal eine Lösung und dann würde ich auch den Eingangskanal über die Lösung laufen lassen, um mir eben die Probleme hinten dann im Rechnungs-Workflow-Prozess zu reduzieren und sagen, ich habe nur validierte und geprüfte E-Rechnungen, die in mein System gehen. Ja, okay, das ist der Cliffhanger für das nächste Mal. Dann machen wir einen Deep Dive zu dem Thema. So, sehen Sie uns nach, seht es uns nach, dass wir nicht alle Fragen beantworten können. Wir sind jetzt fünf Minuten drüber. Wir respektieren natürlich auch eure Zeit. Heißt also, wir sind am Ende des Webinars. Alle Teilnehmer, die sich angemeldet haben, kriegen die Folien und das Video nochmal. Und wir verweisen auf das nächste Webinar. Wer also jetzt uns bei der Reise begleiten möchte und auch sich einen guten, kompakten Gesamtüberblick dann nehmen möchte zur E-Rechnung von A bis Z, dem empfehlen wir am 21.11. das Webinar. Auch nochmal in das Thema Prozesse reingehend, E-Rechnung, Integration. Also wird sehr spannend sein. Das wird der Yasin machen. Und mir bleibt nichts anderes übrig, als mich bei euch zu bedanken für eure Teilnahme. Vielen Dank, Niklas, für die wirklich wertvollen Insights in das Thema DRC. Ja, das hilft, glaube ich, immer ein Stück weit zu verstehen. Wie soll ich es einsetzen? Wie mache ich auch eine Lizenzplanung? Weil das alles muss ja jetzt kommen. Das Thema wird 2025 noch stärker werden. 2026 ohnehin. Also wir sehen, das ist ein Thema. Und alle, die sich jetzt schon mal beschäftigen, sind, glaube ich, gut aufgestellt. Und unser Fazit ist ganz klar, setzt auf die SAP-EAC-Lösung. Da kann man absolut nichts falsch machen. Und wir sind immer da und unterstützen und beraten zu diesem Thema eines unserer Kernkompetenzen. Vielen Dank. Noch erfolgreichen Tag wünsche ich. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Webinar. Wiederschauen. Dankeschön. Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.